Tja, sind wir zu. Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Wir haben dann zu unten überhaupt das letzte Lässe verstanden. Wir wussten dasselbe auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese Strafung wüsste war. Ja, das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir eine Meinung, dass sie gut gerüstet waren. Aber so wie sie im Wirklichen. Und jetzt ist ihnen gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schienen. Ganz klar. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Stab mit 35.000 Punks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35.000 Panzer. Wir haben über, wir haben zur Zeit über 34.000 Panzer vernünftet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, sie, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier im Stab 35.000 Panzer, ich hätte gesagt, sie sind alles doppelt oder zehnfach. Das ist es da, sie sind Geschwänster. Das hat mir nicht vermöhnlich. Wir haben ja vorher erzählt, wir haben Fabriken gefunden. Allein eine, da in Kramarowskaya zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ein paar hundert. Wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht der etwa 30.000, in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter geschäftigt. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Ein, ein gigantischer Parfekt. Arbeitermassen, die allerdings so wie die Tiere leben. Das ist jetzt auch im Donetsgebiet, in dem Donetsk. Ja, aber wenn man denkt, dass, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre meiner Freiheit gehabt haben, sich zu rüchten und alles, alles ausgegeben für rüchten, nur rüchten. Ach, es ist ein, ein, ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt. Hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen. Aber den Mitschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Denn es gab ja gar keine andere Möglichkeit. Ich war mir ja schon klar, schon hinter 1935, das ist nicht so, aber das ist jetzt auch ein Muster. Ich hatte nur den altdunkten Westen auf mir. Denn im Zweiprobenkrieg, das wäre der Dunkelnkirchen. Das wären wir auch zu brauchen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkommen. Das wären wir zu brauchen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Karbst 1939, wollte ich an sich noch den Westwärtszug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir haben müssen, das haben wir jetzt angehundert. Denn unsere ganze Bewaffnung, da war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung, sie ist sehr düftig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit der ältesten Zeit, im Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten, sondern man hat Brotepacken gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist nämlich ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte ihm die Eidungsstellung angreifen. Und ich kann überzeigen, dass ich in sechs Wochen mit Banken fertig werden würde. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war da und da Regenwetter, und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut, und auch ich konnte mich mit Auffassung, wieder bei der Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht auswerten können mit den Flugflugplätzen in Folge des Regens. Ich könnte Nordrhein-Westfalen, ich bin vier Jahre lang so bat, ich bin im großen Krieg, und so kann diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 1939 erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Amazon da rund 40 Watt, und das ging nun weiter davor. Mai, erst am... Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Wir haben am 8. Mai eine Kriege gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann musste nun diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen auf den Osten vorgenommen werden, ersten Besitzungen. Und dann hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam er, ich darf es heute nicht sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten, durch erstens die nordafrikanische Situation, dann zweitens durch die Situation in Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns, mit einem Schlag zunächst, wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, während wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun in einem Schlag zwei Divisionen, zwei geschlossene Divisionen, es ist dann die dritte geworden, abgeben, und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgetreten worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt. Und es war nicht anders denkbar, als die Entscheidung, die in das Bleibli war. Nein, ich hatte eine Unterregung damals mit Molotow. Und es war ganz klar, dass Molotow ging fort, mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen, und ich habe ihn entlassen, mit dem Entschluss ermöglichen, zuvor zu kommen. Das war ein Zerreißung. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, sich ganz klar darauf anbeletzte, um das Europa zu beherrschen. Ich habe mich das fand, ich will für dich, die Europäer zu bestreiten, das ist gar zu rechnen, 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 das ist gar zu rechnen. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage, soll man, ich sage, einen Bluch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln, um Zeit zu gewinnen, um die Sachen dilatorisch zu behandeln, weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt, sich in den Besitz der Betreuung und die Betreuungquellen setzen. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn Russland die rumänischen Betreuungquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände, die rumänische Regierung hat es ja später an uns gewendet, und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Sie brauchten nur die Betreuungquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfriedzug. Es wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in der resistent Betreuungquellen gemacht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 eben die Prozesse. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschwingt, was unsere Panzerdivisionen verschwingen, das ist dem doch etwas ganz ungeheueres. Es ist ein Vertrag, der über alle Vorstellungen umgeht. Und ohne die Zubuße von mindestens vier bis fünf Millionen Donner rumänischen Betreuungs würden wir den Krieg nicht führen können. Den Krieg lassen müssen. Und dafür hatte ich eine große Sorge nachher, auch mein Bestreben durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzuverhältnenden. Die Forderungen waren einfach nackte Erpressungen. Das sind Erpressungen gewesen, die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen gebunden waren, zu konnten, wie sie alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Volodov, da habe ich Ihnen da kurz angekündigt, dass die Forderungen und die so viele Forderungen das wirklich nicht anzupieren können. Damit waren man sich die Verhandlungen förmlich abgehändert, was wir gerade haben. Also vier Punkte, der einen Punkt, der Finnland betraf, der die Freiheit sich vor den finnischen bedroht, zu schützen, sagen wir, dass Finnland sich bedroht. Es sei denn, Finnland, wenn man gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen, die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und groß machen, können sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen, also ihre Existenz ist bewusst von Finnland bedrohen, das ist, sehen Sie mir doch nicht reden, dass ihre Existenz von Finnland bedrohen ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz seines Großstaates und das, was Finnland betreibt, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz, Verdingen. Da sagte ich ihm, wir würden einen weiteren Krieg in der Osten nicht mehr als passive Zuschauer hingeben können. Da frage ich mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei, wir hatten ja die Garantie abgegeben, ob die Garantie sich auch gegen Russland richten. Da sage ich, das glaube ich nicht, dass ich die gegen Sie richten, denn Sie haben doch wohl gar nicht die Absicht in Rumänien überfallen. Wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht von der Säuline überfallen, weil sie haben.